Mein Name ist Christoph Niewels, ich bin Geschäftsführer der Hubert-Niewels-GmbH in Bad Lippspringe. Wir sind ein Familienbetrieb in dritter Generation und haben die Gewerke Sanitär, Heizung und Lüftung, sind zudem Klimakältetechnikfachbetrieb und haben eine Abteilung für Messsteuer und Regelungstechnik. Wir verfügen zudem über einen starken 24 Stunden, 365 Tage Kundendienst für Anlagen jeglicher Art und Größe. Unser Unternehmen wurde 1948 in der Arminio-Straße in Bad Lippspringe von meinem Großvater gegründet und 1975 von meinem Vater mit ca. 35 Mitarbeitern übernommen. An unserem heutigen Standort, am Neueserweg in Bad Lippspringe, haben wir ca. 251 Mitarbeiter im Team. Wir haben aktuell 48 Auszubildende in unserem Unternehmen, die wir zum Teil hier vor Ort in unserer eigenen Lehrwerkstatt ausbilden. Ausbildung und Förderung des Handwerks war uns seit Firmengründung immer ein besonderes Anliegen. Wir konnten bereits über 500 Lehrlinge eine Ausbildung bei uns erhalten.